Mein Fazit, der Kia EV9 ist komfortabel, nachhaltig und schnell. Ich bin Linus Müller, ich bin 24 und ich bin Kommunikationsverantwortlicher bei den Microbes. Wir gehen heute zusammen zu meiner Arbeit, und zwar im neuen Kia EV9. Ich bin gespannt, let's go! Mein erster Gedanke, als ich den EV9 gesehen habe, ist, wow, das ist gross. Dementsprechend war ich sehr, sehr froh, als ich den Parkassistent gesehen habe, vor allem mit dieser 3D-Ansicht. Ich denke, das hilft vielen, vor allem mit der Anfangsphase, wenn man noch nicht so vertraut ist mit den Dimensionen. Nach einem ersten kleinen Kaffeestopp habe ich nicht nur mich bei der Energie, sondern das Auto auch. Das heisst, ausstecken und weiter geht's. Bei Microbes haben wir ganz verschiedene Tätigkeitsbereiche. Um es abbrechen, geht es grundsätzlich darum, dass wir einen einheitlichen Prozess erstellen, mit dem wir natürliche Reststoffe verbinden mit Pilzwurzeln, mit Mycel, um einen multifunktionalen Werkstoff herzustellen, der nachhaltiger ist als der momentane Materialstandard in ganz verschiedenen Branchen, wie zum Beispiel der Verpackungsindustrie oder dem Bau usw. Das lödelt nichts, das bewegt sich nichts. Das ist wirklich auch eine super Haptik, optisch auch wunderbar. Und das ist eigentlich auch genau etwas, was wir so probieren, tagtäglich zu erreichen. Der nachhaltige Qualitätsstandard ohne Qualitätskompromisse in diesem Sinne. Ich habe gerade einen sogenannten Sportmodus gefunden. Und ich habe gesagt, wir schauen mal, wie das funktioniert. Nicht schlecht. Ich bin gerne von aussen, in der Natur, aber dann auch mal am Nachobing in der Stadt mit Kollegen. Und in all diesen Bereichen hat er sich als sehr nützlich und kompetent bewiesen und hat sich einfach noch Spass gemacht.